Attentat auf den Führer in München. Eine Bombe. Hallo! Wo wählt es die noch? Sie meinen, Sie haben jetzt wieder erreicht. Der Führer lebt. Ihr Mordanschlag. Sie sind gescheitert. Da muss man sich schon sehr wundern, dass ein so unpolitischer Mensch einen Attentat dieser Größenordnung plant und durchführt. Der Hitler ist schlecht für Deutschland. Da kann man nix machen. Aber es wird doch immer schlimmer. Man kann nicht warten, bis es so spät ist. Es muss sein. Was ist das getan, Schorsch? Es. Welcher Wahnsinnige steuert Sie, die Vollidioti? Es ist, wie ich sag. Ich kann sich mehr aus ihm rauskriegen als die Wahrheit. Wir legen die Wahrheit fest. Ich wollte durch meine Tat auch nur ein noch größeres Blutvergießen verhindern. Wenn der Mensch nicht frei ist, stirbt alles ab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.